Moin Leute, was geht? Ja, jetzt läuft ja gerade der Twitch-Stream von ARK und es gibt einige News, wo ich gedacht habe, wir machen mal ein erstes Video, weil das schon so viele News sind, dass die in ein Video reinpassen. Die Roadmap, neue Skins und der ganze Kram. Wir gehen erstmal ein paar Dinge durch. Angefangen wurde gepostet, wir gehen mal so ein bisschen chronologisch durch. Ein Bild vom Fast-Hallo-Sukus, ja, ein In-Game-Bild, so sieht es aus. Ich muss sagen, ich hoffe, er ist ein bisschen unvorteilhaft getroffen. Also ich finde, die Körperform sieht hier ein bisschen komisch aus, finde ich persönlich. Wenn man mal das Originalbild anguckt, dass das das Bild war, was Wildcard uns mal gepostet hat, finde ich, wirkt der auf dem Bild ein bisschen unproportional. Ist das meine Meinung, ich finde, der Kopf wirkt so ein bisschen klein zum Körper, aber kann auch sein, dass das Bild einfach aus einem Kackwinkel ist, ja. Auch das hinten sieht ein bisschen aus, wie als ob ein Gorilla läuft, nicht wie eine Echse laufend. Aber das kann natürlich auch sein, wie gesagt, unvorteilhaftes Bild. Vielleicht gibt es noch einen Trailer, weil das sieht aus wie als ob es aus einem Trailer wäre, vielleicht kommt dann noch einer Laufe des Streams. Dann haben wir bekannt gegeben, komm, wir kommen noch gleich zur ganzen Roadmap, aber zumindest wurde schon bekannt gegeben, Scotch-Earth kommt erst im März 24, ja. Also im dritten Monat, nächstes Jahr kommt Scotch-Earth. Dann Kryopods kommen offiziell wieder im Dezember dieses Jahr. Ist auf jeden Fall unerwartet, dass sie jetzt doch früher reinkommen. Wahrscheinlich war der Aufschrei der Community einfach zu groß und sie haben gesagt, hey, wir bringen jetzt schon die Kryopods zurück. Ja, da müssen wir mal drüber quatschen. Ich muss nochmal vorher ein bisschen mit ein paar Modder quatschen, ob das Probleme macht mit den Mod-Kryokapseln oder ob das kein Problem macht. Aber da würde es nurfalls nochmal ein Video zu geben, weil da muss ich selber erstmal mich erkundigen, bevor man am Ende dann halt seine Sachen verliert. Wisst ihr, was ich meine? Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Dann wurde ein Cowboy-Skin angekündigt, der auch halt im März mit Scotch-Earth kommt. Was ich hier ein bisschen überraschend finde, meines Erachtens, ist, hier wird geschrieben, der kommt mit einem Frontier-Adventure-Pack. Ich habe die Stelle im Stream leider nicht mitbekommen, wo über den Skin geredet worden ist. Ich habe nur das halt in dem Post mitbekommen und ich finde Frontier-Adventure-Pack klingt für mich nach einem kaufbaren Pack, oder? Also das ist ja nicht die Wüstenrüstung. Ich habe ein paar Leute gelesen, die gesagt haben, ah, das ist die neue Wüstenrüstung, die kommt. Die Wüstenrüstung gibt ja allein schon die Brille einen Schutz vor Sandstürmen. Weißt du, was ich meine? Hut macht das nicht. Das wirkt eher, als ob das ein Skin ist. Wird hier auch geschrieben, Frontier-Adventure-Pack. Das hat auch die offizielle Arc-Seite gepostet. Das ist ja gar nicht die offizielle gewesen, das ist die offizielle Arc-Seite. Und wir sehen auf jeden Fall, es gab einen neuen Trailer, gerade auch eben zur animierten Serie. Aber das war nochmal in einem separaten Video. Ihr seht, hier wurde auch nochmal geschrieben, Frontier-Adventure-Pack. Also klingt für mich irgendwie nach, es kommt vielleicht ein kaufbares Pack rein. Und wir haben einen Skin gesehen fürs Weihnachts-Event, den Krantelbart-Skin, ja. Also Krampus-Skin, aber ich glaube, ist ja Krantelbart nur im Englischen, glaube ich, oder? Ja, auf jeden Fall einen Skin für unseren Spieler. Wenn ihr eure Tribe-Mates erschrecken wollt, dann lauft als Krampelbart rum. Ich hoffe, dass das die Maske separat wäre. Ich finde die Maske eigentlich ganz geil, wenn man die auf einer normalen Rüstung tragen kann, ohne den Weihnachtsmann-Skin. Aber ich denke, es wird wahrscheinlich ein einheitlicher Skin sein. Aber vielleicht ist ja auch die Maske und der Körper getrennt, würde ich irgendwie ganz geil finden. Ja, auf jeden Fall waren das schon mal die News, die wir aktuell hatten. Wie gesagt, es gab jetzt sonst bis zur animierten Serie hier. Aber das ist, glaube ich, einfach nur, ich glaube, gar kein Großartiges. Ich glaube, das geht nur um dieses eine Bild hier. Aber der sagt, ach so, das ist, warte mal, steht da dabei. Ach, das ist so Musik. Ah, okay, das geht um die Musik. Also haben wir da ein bisschen was zu. Also was jetzt die meisten wahrscheinlich interessieren wird, warum ihr in diesem Video seid, ist die Roadmap. Und über die müssen wir jetzt reden, Leute. Weil wir merken uns, die offizielle Roadmap hieß, alles aus Asa ist 2024 fertig. Merkt euch das ganz kurz. Also Ende 2024 sollte alle Maps von Asa draußen sein, hieß es mal. Die neue Roadmap sagt, Scotch-Earth im März, im Mai Descenta, im Juli Aberration, im September Ragnarok, im Oktober Extinction, im November eine Überraschung. Das wird wahrscheinlich die neue DLC-Karte sein. Im Dezember Valguero, im Februar 25 Genesis 1, im April Crystal, im Mai Genesis 2, im August Lost Island und im Oktober 25, Oktober 25, Fjordor. Ja, ich gehe es nochmal ganz kurz durch, leider gab es bis zum Zeitpunkt jetzt noch kein Bild. März 2024, Scotch-Earth, Mai Descenta, Juli Aberration, September Ragnarok, Extinction im Oktober, im November wahrscheinlich die DLC-Karte, Im Dezember Valguero, 2025 Februar, Genesis 1, im April Crystal, im Mai Genesis, im August Lost Island und im Oktober 2025, Fjordor. Ja Leute, also ungefähr ein Jahr nach hinten, wenn sie es alles einhalten. Ja, ich meine, sie haben jetzt ja auch die einige Sachen ein paar Mal verschoben. Also nehmen wir an, dass Scotch-Earth ursprünglich im August dieses Jahr kommen sollte, dann im Dezember kommen sollte, jetzt im März 2024 kommt. Und mal gespannt, ob wir Oktober 25 auf Fjordor zocken oder ob es im Oktober 25 noch immer auf einer anderen Karte ist. Das werden wir leider erst alles dann sehen. Ja, was soll man sagen? Ich finde es ein bisschen schade, dass es sich schon so krass zieht, weil das jetzt, ich meine, ich hätte es cool gefunden. Ja, doch, so passt. Ja, es ist die Frage, wie findet ihr es? Ich meine, ich finde, es hat zwei Aspekte. Der erste Aspekt ist natürlich, für neue Spieler finde ich es sehr, sehr gut. Weil wenn man überlegt, wenn jeden Monat eine neue Karte gekommen wäre, du kommst als Neuling auf Ragnarok und nach einem Monat kommt Crystal raus und man kennt es, man will ja auch die neuen Sachen erkunden, neue Vivern und der ganze Kram. Und man hat die Karte kaum kennengelernt. So kann man jetzt schon sagen, es sind teils zwei Monate, manchmal auch drei Monate zwischen dem Kartenrelease. Da hat man genug Zeit, die Karte ausführlich zu spielen, als Neuling, um alles kennenzulernen, um auch dann ausführlich auf die nächste Karte sich vorzubereiten. Plus mittendrin nochmal ein anderes Game zu zocken, muss man auch mal dazu sagen. Wenn jeden Monat eine Karte rausgekommen wäre, wäre man auch sehr in diesem, ich muss fertig werden, dann kommt was Neues und bla und blub. Also ich finde, jetzt hat man mehr Luft, dazwischen auch mal andere Games zu zocken. Das finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt, für alle, die alles mitnehmen wollen. Natürlich für erfahrene Arc-Spieler kann es sein, ich kenne viele, die langweilen sich jetzt schon auf der Island und müssen halt bis März jetzt noch durchmachen. Ich meine, es sind noch drei Monate. Ja, wie gesagt, ich glaube, man muss es so oder so betrachten. Also ich finde jetzt, es ist eigentlich okay. Das Einzige, was mich ein bisschen immer nervt, ist dieses immer wieder verschieben, immer wieder. Wisst ihr, was ich meine? Warum kann ich Wildcard einfach hingehen und kann von vornherein Datums nennen, die sie auch einhalten können? Wisst ihr, was ich meine? Wenn jetzt die Datums zum Beispiel stimmen, dann ist es okay, dann ist es halt so. Aber ich habe halt keinen Bock, dass sie dann im Juli sagen, Aberration kommt dann erst im August, wisst ihr, was ich meine? Das finde ich immer doof. Planung Wildcard ist, glaube ich, nicht so ihr Ding, habe ich das Gefühl. Ja, das waren auf jeden Fall alle aktuellen News, die wir zum jetzigen Zeitpunkt hatten. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr den Krantelbart-Skin findet, wie ihr den Fasalosukus findet. Ne, Fasalosukus, hier, Fasalosukus, Entschuldigung, Fasalosukus findet den Cowboy-Skin, was ihr dazu sagt. Vielleicht habt ihr es ja mitbekommen, ob das Adventure-Pack ein Bezahl-Pack sein soll oder nicht. Wie gesagt, ich habe es nicht mitbekommen und habe derzeit nichts darüber gefunden. Und was ihr zu Roadmap auf jeden Fall sagt, würde mich mal interessieren. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, euch noch einen sehr schönen Tag. Wie gesagt, wenn es weitere News gibt, wird es dann halt einfach ein neues Video geben. Ich werde jetzt einfach immer wieder Sachen uploaden, wenn was Neues kommt. Ich sage vielen Dank, bis zum nächsten Mal und ciao.